Bist du bereit, dein Erdkundewissen zu testen? Es folgen 20 Fragen und für jede Antwort hast du 10 Sekunden Zeit. Bist du bereit? Viel Spaß und viel Erfolg! Welches ist das flächenmäßig grösste Land der Welt? A, B, C oder D? Die richtige Antwort ist Russland. Welches ist der längste Fluss der Welt? Nil. Welches Land hat die meisten Nachbarländer? China. Welche Stadt ist die Hauptstadt von Australien? Canberra. Welcher ist der bevölkerungsreichste Kontinent? Asien. Welcher See ist der tiefste der Welt? Baikalsee. Was ist die Hauptstadt von Kanada? Ottawa. Wie viele Kontinente gibt es auf der Erde? Sieben. In welchem Land befindet sich die Wüste Gobi? Gobi. Wie viele Kontinente gibt es auf der Erde? Mongolei Welches Meer liegt zwischen Saudi-Arabien und Afrika? Rotes Meer In welchem Land liegt der Kilimanjaro? Tansania Was ist die Hauptstadt von Brasilien? Brasilia Welcher Staat ist der größte in den USA? Alaska Welche Stadt erstreckt sich über zwei Kontinente? Istanbul Wie heißt der größte Ozean der Welt? Pazifischer Ozean Welches Land ist kein Mitglied der Europäischen Union? Norwegen Was ist das flächenmäßig grösste Land in Afrika? Algerien Wie viele Zeitzonen gibt es in Russland? Elf Was ist der längste Fluss in Europa? Volga In welchem Land liegt der Viktoriasee? Tansania Wie viele Fragen konntest du richtig beantworten? Lass es uns in den Kommentaren wissen Abonniere unseren Kanal für mehr Videos Hier geht's weiter Bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020